Hotel Paulsen. Seit 1829 ist die Familie Paulsen in der heutigen Meierstraße 22 zu Hause. Wir sind ein echter Familienbetrieb und mit ganzem Herzen dabei. Rund 30 Mitarbeiter sowie die 6. und 7. Generation stehen bereit, sie zu verwöhnen und ihnen einen besonders angenehmen Aufenthalt zu bereiten. Unser Ringhotel Paulsen verfügt über 38 Zimmer, ein Restaurant, Veranstaltungsräume sowie eine gemütliche Gaststube. Aus Liebe zum Gast, das ist unser festgeschriebenes Motto. Wir freuen uns darauf, auch Sie davon zu überzeugen.